Moin Moin, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Dividende, die ich beim 18-Schwappern erhalte und auch um die durchschnittliche Dividende, wie es derzeit aussieht. Ja, dazu habe ich mal Excel zur Hilfe genommen und habe eine Tabelle gemacht, aber auch einige Grafiken, Diagramme. Ja, beginnen wir dann auch direkt. Man sieht, in den letzten 13 Monaten hat sich die Dividende doch recht gut entwickelt. Man sieht hier eine schöne Steigung. Es gibt zwar so die eine oder andere kleine Delle wie hier. Das ist eine kleine 1-Euro-Delle. Das kann man vielleicht hier etwas besser sehen. Hier vom 10. auf den 11. kann man sehen, das ist ein Euro weniger gewesen. Dann vom 7. auf den 8. war recht stabil. Da ist die Dividende ähnlich geblieben. Und auch vom 4. und 5. Monat, da war auch die Dividende ähnlich. So verhält es sich auch im letzten Monat, im 12. und auf den 13. Monat auch recht stabil. Aber im Großen und Ganzen ist es doch eine ordentliche Steigung. Das können wir auch an der durchschnittlichen Dividende sehen. Das ist der rote hier. Da sehen wir auch eine Steigung. Und man sieht zum Beispiel vom zweiten Monat hatte ich eine durchschnittliche Dividende von 2,30 Euro gehabt. Und mittlerweile 8,50 Euro. Also das ist auch schon ein guter Wachstum. Und wenn man betrachtet, im letzten Monat 8,50 Euro. Und davor im Monat 8 Euro sind es ja schon 50 Cent mehr durchschnittlich, die ich dann erhalten werde. Ja, also man kann sehen, im ersten Monat waren es ja noch keine Dividende. Dann im zweiten Monat waren es 2 Euro. Im dritten dann 4 Euro und so weiter. Man sieht hier keine Steigung kann man sagen. Und auch wie bereits hier keine Steigung. Das sind die gleichen Quartalszahler. Und da habe ich versucht etwas entgegenzuwirken. Ich habe mir zwei neue Unternehmen mit ins Boot geholt gehabt. Einmal Boeing und einmal Toronto Dominion Bank. Die Dominion Bank soll diesen quasi und ich gehe mal den anderen auch, diesen Quartal und auch diesen Quartal helfen, mehr Dividende zu bekommen. Also man sieht, hier war das doch recht stabil. Aber im letzten Quartal schon hat man gesehen, da war 1 Euro weniger. Und dann dachte ich, okay, da muss ich entgegenwirken. Und habe mir, wie gesagt, Dominion Bank mit reingelegt. Die wird halt über die Dividende reinvestiert. Und somit hoffe ich mir oder hoffe, dass dieses Quartal dann wieder Stabilität bekommt. Dass ich nicht weniger bekomme Dividende im Monat, sondern wenigstens stabil halte. So wie die letzten Quartale auch davor. So, dann bekommt auch noch dieses Quartal, da sind hier aber auch ein bisschen weniger erhalten. Da wird ja Boeing demnächst noch Dividende liefern. Und somit hoffe ich, dass ich auch hier eine Stabilität erreichen kann. Weil einfach dieser Monat, hier sind die hier, einfach sehr, sehr stark sind. Da sind, ich zeige euch auch einmal die Aktien, die da, ja, die Dividende liefern. Das ist hier diese Gruppe. Die ist extrem stark. Da bekomme ich sehr, sehr viele Dividende. Diese Gruppe halt mit den 4 Unternehmen oder 4,5 Unternehmen. Wormark zahlt ja nur 2 mal hier aus. Ist das ein bisschen schwach geworden. Und deswegen kommt halt Toronto Dominion Park mit dazu. Genauso wie in der letzten Gruppe, in Gruppe 3. Da hat ja zwar Wormark schon halbwegs mit ausgeholfen, in den letzten Quartalen hier kann man sehen. Aber dennoch hat es doch nicht gereicht, einfach um hier quasi, bei dir einfach doch sehr, sehr viel Dividende auszahlen, hat es in den letzten Quartalen nicht mehr gereicht. Deswegen macht jetzt Boeing auch noch mit, um halt die Dividende halt stabil zu halten und einen gewissen Wachstum weiter zu fördern. Weil mein Ziel war ja, jeden Monat mehr Dividende erhalten und nicht weniger. Ja, dennoch bin ich sehr recht, also ich bin also doch sehr zuversichtlich und auch zufrieden mit der derzeitigen Entwicklung. Die Stabilität ist recht hoch mit 0,94, 0,93. Dividendstabilität ist es doch schon recht gut. Ja, das war für das Update zur Dividende, wie sich das Ganze in meinem Depot entwickelt. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö.